Heu pp hust her Haben wir es gemacht TanFさん HJA HALLO Ibsight가는 Mein Gott, guckt euch das an! Ey ich hasse den- Ich hasse den! Mein Gott ich hasse diesen Kampf! Nuuuuryu naja Ok das war aber ein Hit in den Block Jetzt macht er nene any Mein Gott was ist das für ein Opfer dieser Gegner? Loll, er lässt mir den Rocket Beans ein Sub geschenkt. HOM FUCK YOU, DU SCHEI... Ich hasse diesen Pisser. Dieses Drecksgame. Diese Lebenszeitverschwendung. Ich hasse diesen scheißen Kopinski. Wie random kann ein Gegner denn sein überhaupt? Hat er jetzt siebenmal hintereinander den Hook gemacht? Ja, kann ich noch länger gestunt sein? Mein Gott, ey, was ist das für ein Game? Oh Mann, das ist einfach so asozial, dass der so random ist. Mein Gott, ey! Also wirklich? Nein, Mann, fuck you, Mann, du scheiße... Obwohl, ich hasse ihn, dieser Pisser. Hallo? Junge, Junge! Was denn? Du Mann, Alter, dieses Drecksgame. Junge, 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 das kann ich nicht schaffen. Diese Challenge werde ich nie beenden. Revist. Wählt répond. Ich wrret die nicht. Ok … Pedro Noel Ohne Fleisch. Fleisch nur mit Brot. Ich glaub der käme nicht so gut an. Ich leg mich auf nichts fest, was heute kommt, tierisch grün. Eigentlich ist das der Plan, aber vielleicht werde ich auch aufgesaugt hiervon. Aber das entscheide ich spontan. Zackboy ist safe, ja. Das kommt 100%. Welcher? Makenius. Den Double Down klingt ein bisschen eklig. Wie willst du ihn denn anfassen? Und wofür steht dann dieses Emote? Für falsche Versprechung? Eigentlich gut, ne? Immer wenn ich dann irgendwie sage, ja wir machen das morgen oder so, dann kann man den Zackboy posten. Und das heißt so viel wie Yo. Ja geil, ne? Doch nicht mal ey. Final Fantasy 9 hat mich auch gerade richtig gecatcht. Den berüchtigten Kartenordner. Marverino gleich in der Pause suche ich dann. Ich komme mir schon selber dumm vor bei manchen Aussagen. Ich suche gleich wirklich. Vielleicht ist Zackboy als Kappa mit Kappa Gesichtsausdruck. Oh, was mache ich denn? Oh nein, nein, nein. Warum bin ich so dumm? Reicht es? Es kommt schon kein Bonn-Sei- Es wird eine Erweiterung, bin ich mir sehr sicher, Rockfather. Aber ich denke, dass sich 3D World auf der Switch sowieso so ein bisschen anders spielen wird. Weil ja so ein bisschen man... Ich habe auch schon im Chat gelesen, jemand hat geschrieben, man läuft 20% schneller. Man hat den Dive als neuen Move. Man hat eine Rolle, die gab es ja auch nicht in 3D World. Also ich denke, das ist ein moderneres Movement von Odyssey so ein bisschen angepasst. Also ja, ich bin sehr gespannt drauf. Sehr gespannt. Ja, hört sich alles nice an. Das finde ich auch. Also... Das wird schon fein. Ja, 330 Euro ist natürlich ein stolzer Preis. Kostet halt immer noch genauso viel, wie als das Ding rauskam ey. Upsi. Mist. Kein Fast-Kill. Gute Frage, Killion. Doch, ich meine doch. Bei 3D World konnte man die Kamera freidrehen. Oder? Nein? Vielleicht jetzt? Vielleicht in der Switch-Version? Vielleicht sind das so kleine Veränderungen, ne? Vielleicht in der Switch-Version? Nee. Donnerstags nur bis 19.30 Uhr. Donnerstags und Freitags will ich halt den Abend frei haben. Deswegen starte ich schon so früh. Hallo, Säftel. Ja, wenn es wirklich dann so ist, dass du überall eine frei bewegliche Kamera hast, dann wäre das schon ein krasses Upgrade, finde ich. Wow. Wirklich? Jetzt wird es echt zeitlich knapp. Wow. Das ist der langsamste Try, den ich jemals gemacht habe, glaube ich. Ja, das stimmt. Da hast du recht, was Steelhead sagt. So waren ja auch die Sterne versteckt, ne? Weil wenn du manchmal die Kamera gedreht hättest, hättest du das ja viel zu einfach gesehen. Also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie das reinmachen. Das wäre ja Quatsch. So waren ja auch viele Sachen versteckt. Ey freaking Joe, du kommst aber genau im richtigen Moment, ne? Ich bockse dich eben weg. Ich bockse dich eben weg. Und ich kann dir jetzt auch mal erzählen. Der Name ist schon sehr speziell. Ich danke dir aber für deinen T2 Sub und somit zwei Punkte. Zwei Punkte näher zur Legendary 4K. Okay. Vielen Dank. Das mache ich mit dir freaking Joe. Und danach würde ich deine Freunde alle noch weghauen. Auf. Nee, nix. Bestes war nur Flamenco mit Zero Hits. Crystal jetzt. Weiter war es nicht. Ein paar Punkte, Punkte. Glaubst du das macht einen Unterschied? Sehr lustige Frage. Nee, ja, aber nicht heute. War ich schon. Ja, ich war schon bei Macho Man. Ja, manchmal geht der Sub, der Follow ja raus. Das ist halt leider so. Das sind schon bei Macho Masch send. Sehr lustig. Das haben mich ganz halt angefangen. Achterne oval mit zu verbre smalleststen antenna. Hier geht der Besuch, das dich 구분stern. Und wir hatten dafür und einfach mal einen trocken. Wir haben woher das Geld geht. Komm ich hab jetzt memories unter. Kappa S-Boy, ja, Kappa S-Boy Emote wäre knaller, ja, aber muss man erstmal hinkriegen. Schwach angefangen, stark nachgelassen. Guter Spruch. One-Hit-Honda, du bist der Nächste. Lalalala. Wiu, wiu, wiu. Wiu, wiu, wiu. Stell dir das mal vor, du hast da so einen Profiboxer, Honda, Piston Honda, der ist krass durchtrainiert und ein krasser Fighter ist in der ersten Liga und der wird von Little Mac mit einem Schlag richtig komplett ausgenockt. Lucky Punch. Eddy kommt zweimal vor, weil sie einfach in der nächsten Liga auch noch sind. Es ist ja nicht so, als würde man sie auslöschen, nachdem man sie besiegt hat oder getötet haben. Die boxen halt noch weiter. Obwohl sie töten halt besser fänden, um ehrlich zu sein. Weil dann wären sie nur einmal da. So ist es, was Kraut sagt. Ja, das kam durch eine Million Kanalpunkte. Das habe ich angeboten und dann hat sich jemand ausgelöst. Ja, Salakrül, ich weiß nicht. Ligstenschef. Ste Rise of the Great Hike Rise of the Pleb wohl eher Frickin Joe Wauw Mit einem Punch to the Gods Ausgenockt, das habe ich noch nie gesehen Das ist ein Zeichen Leute, das ist der Run Soda mit einem Nierenhieb weggekloppt Das war perfekt wie das Die Drei Die Drei Wow Die Drei Stille Die Drei Die Drei Die Drei Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte gutes Refill, ne? Ist glaube ich jetzt ausgenockt in der Kombo, oder? Ich hoffe Lucky, okay Jetzt gib mir Glück Gib mir Glück allen Jesus Und gib mir Konter Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das soll ja so sein, Ionish. Weil ich in der zweiten Runde hier den Insta-Knockout haben will. Deswegen mache ich es ja so langsam. Boah, Alter, jetzt ist es schlimm. Jetzt ist es schlimm, jetzt ist es wirklich schlimm. Jetzt ist es wirklich schlimm. Boah, jetzt ist es wirklich schlimm. Boah, jetzt ist es wirklich schlimm. Boah, Alter, mein Herz, ey, das ist jetzt schlimm. Boah, komm, Alter, ey. Boah, Alter, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Ja, ha, 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 ha. Direkt Game aus mit dem Scheißspiel. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, boah, meine Hände, guckt euch das mal an. Das ist kein Scheiß. Alter, wie ich zittere. Alter, weg mit dem Game Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, ich krieg Herzrasen des Todes Oh mein Gott Oh Junge, 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 Junge Boah, nee Alter, wie ich zittere, das ist krank Boah, das mach ich nie wieder Das ist so schlimm Das ist so ein Kackspiel Alter, mein Herz, ich krieg ein Herzkasper Ich schwör's euch Boah Ich krieg ein Herzkasper, ich sag's euch Oh mein Gott Ich muss jetzt gleich erstmal einen Schluck Wasser trinken Und wenn ich das schon sage Boah, Alter Ey, genug, diesen Rotz Ey, Trivi, danke für 5 Subs Jazzy Barry, danke für... Ey, meine Hände zittern so krass Ich kann die Maus gar nicht bewegen Oh mein Gott Oh mein Gott Aus mit diesem Müll Alter Ich lese gleich alles vor, was hier kommt an Alerts Ey, dankeschön Boah Boah, nee, ey Alter Schwede Vielen Dank, ihr geht so krass ab Dankeschön, Leute Alter Ich lese gleich alles vor Alter Ey, boah Alter Immer noch so krasse Reaktionen Der Körper reagiert so krank da drauf Das kann doch nicht wahr sein Ey, das ist so heftig Alter Schwede Alter Schwede Vielen Dank, ey Ich lese gleich alles vor Ich lese gleich erst mal ein Schluck Alter Wow, ey Ihr Kranken hört auf Das ist heftig Alter Strasse Scheiße Boah Alter Krass Du Dankeschön Alter So heftig Also das hatte ich glaube ich so bei noch keinem Spiel Ich habe schon so viele scheiß Hacks gespielt oder so Oder so viel auch Speedruns bei Odyssey Aber das war Geisteskrank jetzt Das war am Ende so schlimm Boah Alter Was war das eigentlich für eine Zeit Das hätte mich mal interessiert Boah Klemmt noch ohne Skill Dankeschön für die ganzen Subs, Alter Auch ein Mini mit 1000 Bits, Alter DSEGE Danke für 2000 Bits Boah Dankeschön Stormy Ey, ich lese gleich wie gesagt Alles vor von oben bis unten Ey, heftig Dankeschön Boah Uniabschluss war ein Witz Sagt's euch Scheiß drauf Diplom Könnt ihr euch Das ist so leichter als das In Sprecher aus Erfahrung Boah Macho Man war gnädig Eigentlich hätte er dich am Ende so oft treffen müssen Ne, ne Curry, ich schwör's dir Powerjuicer Danke für 5 Subs Powerjuicer DK Junge Danke für 10 Komm Die letzten 20 mach ich voll Bis zum Goal Das sag ich euch Das ist Standardregel jetzt Ähm Ne Er hätte mich nicht treffen müssen Glaubt mir Das ist dieser verzögerte Dodge Und der trifft dich nicht Am Ende Der trifft dich nicht Das sah so aus Ich hab ein paar Mal gezittert Aber das geht eigentlich immer Boah Ey Krank Krank Boah Bin ich happy Dass der Scheiß vorbei ist Alter Boah Schedrus Junge Danke dir auch für 5 Ich lese gleich wirklich komplett einmal alles vor Das ist heftig Dankeschön Leute Boah Junge 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 Ey Jetzt ist die Frage Was ist die nächste Challenge Alter Kreisel bist du bescheuert Wirklich das ist zu heftig Kreisel Das ist zu heftig Kreisel Wirklich Bin ich ganz ehrlich Das ist zu heftig Das ist zu heftig Was zur Hölle alter Junge Ja Kreisel kriegt diesmal Bonus Bonusgeld für YouTube Dann ist alles wieder gut Kreisel dankeschön alter Wirklich Heftig Das ist heftig Das ist ganz geisteskrank Das ist ganz geisteskrank Ich Glückwunsch Den CNH Art Alter Das ist geisteskrank Kreisel Ey Junge Das ist wirklich ganz heftig 1000% Hype Train 5 Ich komm nicht klar Alter das ist heftig Ich muss Ich glaube ich trink mir gleich ein Bier Ohne scheiß Ich glaube ich mach einfach gleich ein Bier auf 1000% Hype Train 5 Alter Kreisel Wirklich ohne scheiß Dankeschön Boah immer noch Immer noch shaky Ganz krass Was kann Und das ist doch geil Was kann so ein Spiel Mit einem machen Oder Nebenbei In einem Leak Game Ich kann nicht schreiben Ey es ist ja krass Was hier passiert Ey Blackio Ey Nein alter Das ist zu krank Boah Es war Blackio Ey Ganz krank Oh mein Gott Alter Wirklich ganz heftig Dankeschön Alter ganz krass Wow Die Frage ist jetzt Was ist das nächste Leute Was ist das nächste Freaking John Dankeschön Was ist das nächste Was ist das nächste Punch out blindfolded Oder super punch out Boah ey Ich bin ja noch nicht fertig Ich hab ja noch Mike Tyson Jetzt gleich Ich hab ja extra nicht Start gedrückt Super punch out Oder blindfolded Ich weiß noch nicht Eins von beiden wird das nächste Danke alter Boah heftig Dankeschön Ey Ich lese gleich alles vor Weil ich es so krass finde Was jetzt hier passiert ist Deine Mike Dankeschön Das ist so heftig Leute Boah Ich bin immer noch shaky 4000 Subpunkte Das ist so krank Dankeschön ey Ja das ist heftig Das ist so krass Boah Alter Schwede Super solider Support Sagt dieser scheiß Train Nächste Challenge Zackboy starten Ja Es ist heftig Alter Boah 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 Alter Schwede So Uff Ich glaube ich muss echt Ich muss jetzt echt Zur Toilette Und dann hole ich mir ein Bier Dann mach ich noch Tyson Ey ne danke für 20 Euro Ey Boah Ohne Scheiß Ich lese gleich einmal In 5 Minuten Ich brauche wahrscheinlich 5 Minuten Ich möchte alles vorlesen Das ist hier krass Das ist wirklich krass Nächste Challenge 100 Sekunden Durch ohne Tod Mach ne Pause Ich schuld mir glaube ich echt ein Bier Und äh Alter Ich war wirklich aufgeregt Oh Ich muss mir auch Nachher muss ich auch Ähm Unbedingt Den ähm GG Die muss ich mir auch angucken Jetzt gucke ich mir selber nochmal an Die letzten 3 Fights Wie viele Runs waren es insgesamt Nafal 130 oder so Kemanian Danke für 15 Euro Kemanian 15 Euro Denn's n du junge Gott Da kommt immer grad von der Arbeit Und dann sowas Ja es ist heftig Und auch Props an die Community Auf jeden Fall auch krass Dass ihr euch das angeguckt habt Weil man muss auch sagen Wenn das jetzt Ich hätte natürlich trotzdem durchgezogen Aber wenn ich jetzt hier Mit irgendwie 20% Meiner sonstigen Zuschauerzahl Gesessen hätte Wär's schon noch belastender Äh die Alerts Die sind halt 5 Minuten verzögert hinten Ne Das muss man ja auch mal sagen Aber dass sich die Leute Das angucken Ist halt auch geil So ein stumperhaftes Game Eigentlich Und die ganze Zeit Sich die Scheiße reinziehen Ist halt göttlich Abonniert auf T3 Im sechsten Monat Junge ey Alter Böses Glicks Erlebnis Das ist halt das Was kann denn ein Spiel machen Ist das nicht krank Das ist ein dummes Kack NES Spiel Und es kann so heftige Emotionen auslösen Dass ich hier zitter Und am Ende Komplett happy bin Ist das krass oder So ein Kack Game einfach Boah Alter Schwede ey So ich bin immer noch Ich hab immer noch nicht start gedrückt Leute ich mach kurz Pippi Boah Ich mach kurz Pippi Dann lese ich kurz alle Alerts vor Ja die ganzen Subs Das ist halt krank Ich mach kurz Pippi Hol mir ein Bier Lese alle Subs vor Und dann machen wir noch Punch Mike Tyson Marmeladenspreu Alter Danke für den Sub Krank Ich mach kurz Pippi Und hol mir ein Getränk Ja Bis gleich Alter Ich dreh durch Unterstrich Null Null